Ja, liebe Leute, es war eigentlich gar nicht geplant, aber hier kommt es jetzt, mein 100-Abonnenten-Special. Und zwar spiele ich mit euch eine Stunde lang The World Hardest Game. Oh, meine Fresse, ich freue mich schon da drauf. Und ja, dieses Spiel macht seinem Namen alle Ehre. Nämlich, man muss quasi weit kommen. Diese grünen Bereiche, das sind quasi Checkpoints und diese roten Bälle dürfen uns nicht berühren, sonst sind wir tot. Ich habe das Spiel hier privat schon gespielt. Und das erste Level direkt mal geschafft. Ja, aber wenn jetzt solche Münzen wie die hier in der Mitte vorkommen, dann müssen wir die mitnehmen. Ansonsten können wir das Level nicht abschließen. Nein! Das war schon der erste Tod, ach du Scheiße. Und so in dem Niveau wird das schon weitergehen. Lol! Dass wir das denn so durchkriegen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, Level 3. Das Level, an dem ich schon etwas länger hänge. Und zwar muss man da gehen. No! Da! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh! Nein! Oh, ich hasse dieses Level. Das ist wie bei Dom Tendo mit der Windmühle. Wobei, das ist die Windmühle! Level 3 war die Windmühle. What the fuck? Was ist... Das ist mir egal. Ich scheiß auf alles. Lalalala. Diese Mühle ist kacke. Was haben Sie mit dem... Oh, warte. Ich will nicht abgehen. Aber die Musik ist auch echt cool. Da-du-du-du-du-du-du-du-du. Da-du-du-du-du-du. Komm schon! Oh! So, Checkpoint. Oh! Ja! Nein! Alter! Gott sei Dank hatten wir einen Checkpoint! Hä? Was hat der gemacht? Ich habe noch auf D gedrückt. Der geht nach unten. Oh, er hat gerade noch so gekriegt. Komm schon! Ja! Das ist das erste Mal, dass ich das geschafft habe. Oh! Da ist die Windmühle! Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Moment, ist man da sicher? Nein, da ist man nicht sicher. Die Hitbox ist genauso groß wie das Quadrat. Hm. Ach komm schon! Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt an der Windmühle hier scheiter. Oh, gespeichert! Jetzt müssen wir nur noch die Windmühle überstehen. Nein! Ach, das geht auch mit Pfeiltasten. Na gut, dann kann ich auch so machen. Was macht der? Alter! Ich werde das wahrscheinlich im Zweifel... Das sind fünf Minuten jetzt schon, oder? Da-da-da-da-da-da-da-da. Ich hasse diese Mühle. Ich hasse sie. Sie ist so scheiße. Ich hasse sie. Da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da. Äh, ich will hier immer noch nicht abgehen. Da-da-da-da-da-da-da-da. Vielen Dank. Komm schon, es kann doch nicht sein, ich habe hier jetzt 50 Tode und 20 davon sind an dieser Windmühle passiert. Warum kriege ich das nicht mehr hin? Nein! Komm schon, ich will dieses Level schaffen. Nein, ich habe zu lange gewartet. Ich kriege es langsam nicht mehr hin. Was? Ja! Ich hasse mein Leben. Please end my eternal life. Da bin ich auf jeden Fall nicht sicher. Hä? Achso, ich bin erst dazwischen sicher. So. Cock! Woohoo! Wow. Komm schon. Das ist natürlich auch Dreck. So, hier bin ich sicher. Wo trifft er mich? Nein! Ich raste hier noch aus. Fünf Level. Und schon fast hundert Tode. La 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 la. La 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 la. Please end my eternal life. Dun 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 dun. Volle Granate erwischt. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ich hasse mein Leben. Schick dich ins Knie. Ich leg mich doch am Arschalala. Dieses Lied ist einfach so geil. Woho. Und ich habe mich beinahe jetzt davon ablenken lassen. Nein! Was für eine Scheiße. Das waren nicht mal zehn Minuten, oder? Nee, das waren elf Minuten. Ich habe mal gehört. Also, Dom Tendo hat, glaube ich, mal erzählt. Caleb hätte ihm erzählt, da wo seine Freundin arbeitet, hätten die die ganz alte Version von damals in einer Mittagspause durchgespielt. Eine Mittagspause. Wie krank muss man sein, um das zu schaffen? In einer Mittagspause wohlgemerkt. Wie krank muss man sein, um das zu schaffen? Wie krank muss man sein, um das zu schaffen? Wie krank muss man sein, um das zu schaffen? Da 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 da. Da 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 da. Echt jetzt? GUT! Wir haben jetzt schon genau 100 Tode. Ich will diese eine Stunde überleben unter 1000. Das ist mein Ziel. Ja, es ist 101. Ich hasse mein Leben. Man muss halt sehen, wo man sicher ist. Hier ist man nicht sicher. Wo ist man sicher? In dem weißen Viereck. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, ein Checkpoint. Endlich. Jetzt wird's assi. Jetzt wird's assi. Wenn wir erstmal in der Mitte sind Dann wird es nicht mehr so Dreckig Okay, merken, hier sind wir sicher Da hinten Sind wir da in der Ecke sicher? Nein Wow, ich hab'n Lauf Ich hab'n Lauf Nein 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 Das ist jetzt nicht wirklich passiert Ach, leck doch die Fotze Okay, hier sind wir nicht sicher Da bin ich nicht sicher Da hinten bin ich sicher So, hier bin ich auch sicher Wo bin ich noch sicher? Bei dem Grauen Bei dem nächsten Grauen Bin ich nicht sicher Autsch Manchmal kommt es echt auf den Millimeter genau an Ach ne, ich bin bei dem Weißen sicher Ach ne, ich bin bei dem Weißen sicher Was? Wo war das Bitteschön Ein Kill So, wo bin ich jetzt sicher? Ja, hier Hier bin ich sicher Oh, jetzt Hagels Jetzt Hagels Fails Komm schon Ja Ach du Scheiße Die Windmühlen scheiße Schon wieder Nur halt mit Dreiflückregen Ich glaube Das Level wurde vereinfacht Ja, Checkpoint erreicht Der Entwickler will, dass man hier Total abdreht Das war jetzt ein unnötiger Tod Ich dachte, da wäre man sicher Naja Dann muss ich das halt so in Kauf Ne, was zum Fick Dann sammle ich halt jetzt jede Münze einzeln Auch wenn's schlauer wäre, die hinterste Münze zuerst zu holen Ja, das machen wir jetzt auch Fuck Fuck Uff Uffu Das ist jetzt nicht dein Ernst Jetzt kann ich alles nochmal von vorne machen Wie gesagt Unter tausend Tode Aber wenn das so weiter geht Überlege ich, ob ich nicht meinen Todescalter auf 2000 erhöhe Ich bin der Ich bin der Ich bin der Komm schon. Ich liebe es, ich liebe es. Das Spiel hat sich total verändert. Hey, man muss einfach viereckig vorgehen. Hey, so ist es einfach. How fast can you go? Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. So, das habe ich zumindest gespeichert. Da konnte ich jetzt nicht mehr reagieren. Und das war einfach nur blöd, diese blöde Falltaste. Komm schon. Echt jetzt? Echt? 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 Nein! ... Irgendwie hab ich das Gefühl, das Spiel läuft nicht mehr so flö- Oh, geil. Ich liebe dieses Spiel. Wahrscheinlich werde ich im zweiten Part total depressiv sein, weil ich das Spiel einfach nicht hinkriege. Das habe ich dann jetzt auch mal gespeichert. So, wie mache ich das jetzt? So, wie mache ich das jetzt? So, geschafft. Ehre genommen. Fickspiel. So, wie mache ich das? So, wie mache ich das? Ja! Nein! Ja, Leute. Hier sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss!